herzlich willkommen von woma adventure ja ich fahre von chef schauen rüber über den atlas einander weg diesmal bis an die algerische grenze sozusagen wir schauen uns ein paar kurze dörfer an und vor allem halt auch wie ich unterwegs bin gibt halt ein bisschen viel fahrvideos tut mir leid drohnenvideos gibt es keine geht nicht ja also dann viel spaß beim schauen jetzt schauen wir uns die medina kurz und knackig in chef schauen von oben geht es hier rein und es geht schon los mit den wunderschönen häusern die eigentlich alle blau angemalt sind das hat die stadt auch so berühmt gemacht das ist kulturgeschichte ja wunderschön jetzt geht dann die touristen meile los da unten fängt es an und dann ist alles und überall sind solche shops und ja so ab jetzt sieht alles so aus das war es mit chef schauen kurz und knackig wir fahren jetzt weiter richtung fest oder bis nach fest das werden wir dann sehen haufen besuch chef schauen von der anderen seite her oje da vorne ist eine geführte tour ganz viele motorräder und etwa 8 gamper und im schneckendepot fahren sie durch marokko sogar die motorabfahrer ausgerechnet jetzt muss ich da durchfahren und krieche hinter denen her schon seit zehn minuten kleinen pass runter keine möglichkeit zum überholen und es sind auch viele jetzt habe ich die ganze meute überholen das waren zehn gamper alle spanier motorräder und gamper große kleine und die fahren so langsam die haben sich vermutlich genervt ab mir aber ich habe keine lust das sind noch zwei stunden bis fest zwei stunden hinter denen her zu fahren ja die landschaft ist hier schön kann man nichts sagen wieso weil sie wieder auf gefürztet haben also schöne wie in spanien wo zum teil die berge einfach kahl sind nur noch büsche hier wieder wald das ist so wie sie es gehört eigentlich das hier gehört auch zu marokko jetzt kommt keiner der ist so überladen der fährt genau 30 30 statt 60 naja ich sehe nicht mal nach vorne wir haben vorher pause gemacht an einem fluss da war ich vor drei jahren schon mal übernachten da unmöglich da kommt polizei dauernd und immer mal wieder eine andere da gibt es verschiedene polizisten verschiedene bereiche keine chance deswegen fahren wir jetzt weiter zu einem stausee wir sind etwa noch 50 kilometer vor fes und hier sieht die landschaft doch speziell aus die weissen berge im hintergrund wir wollen jetzt im übernachtungsplatz zu einem stausee mit dieser wunderbaren kulisse im hintergrund wir mussten jetzt alles am stausee rundherum fahren diese zufahrt gibt es nicht mehr das kommt davon wenn man sich auf google verlässt da war eine ja kann man sagen ein ackerbach unmöglich den durch durchqueren aber jetzt sind wir dann da da unten ist der stausee ich denke wir haben es geschafft hat sogar wasser wir haben unsere plätze gefunden es dämmert schon und wunderschön hier die einheimischen sind auch da viele hunde eingebellen ich hoffe es lässt noch in der nacht aber ich liebe solche plätze die ruhe einfach meine wölfe schlafen da draußen ja denen gefällt es mir auch alle sind wunschlos unglücklich wir sind jetzt in fes auf dem schrottplatz von europa kann man sagen hier ist alles zu finden fast alles was sie braucht es ist wahnsinn war das schon mal ja schon zweimal und ja ich werde hier ein paar kleine reparaturen machen wie man sieht hat es hier nicht nur trotz und den nigelnachl neuer mercedes ohne chassi ohne rahm so ich habe noch eine werkstätte gefunden es ist sonntag der herr ist schweisser und er schweisst mir jetzt gerade diese teil da ein bisschen kürzer und wir haben sie jetzt hingehalten damit das auch schön passt das sind ja die halter für meine luftdruck anlage um den reifendruck während der fahrt zu betätigen das seht ihr dann später wenn ich in der sahara bin und ja ich hab dem 10 euro gegeben normalerweise hätte das fünf gekostet da schlägt man das doppelte dazu und er wollte es nicht mal nehmen aber ja ich hab's ihm einfach auf den tisch gelegt er war mega zufrieden also glück gehabt dass am sonntag noch eine da war ich bin jetzt bereits wieder raus aus fes der oli der ist in fes geblieben der fährt dann ans meer und ich fahre in die andere richtung deswegen haben sich unsere wege jetzt getrennt vielleicht sehe ich ihn ja irgendwann wieder so jetzt bin ich bereit schon in sefru da gibt es dann ein wasserfall zu besichtigen nicht hier wir laufen gerade dahin so dahinten ist der wasserfall natürlich voll erschlossen hier war ich jetzt noch nie das war die wasserfalle von sefra das war die wasserfalle von sefra auf polar step könnt ihr wieder gucken wo das ist der link findet ihr unten in der beschreibung und jetzt geht es über das atlasgebirge diesmal ein bisschen nördlicher da war ich noch nie und es wird wieder schön grün weniger bevölkerung und was für mich halt schön hier gibt es auch nebel wie ihr seht hier ist richtig ländlich auf 1700 meter bin ich oben bin aus dem nebel und man sieht wieder was wir kommen in ein kleines dorf ich weiss gar nicht wie es heisst bevor es dann wieder über einen nächsten pass geht ich mache glaube hier eine pause ganz viele zwiebel angebaut und rechts ihr seht da weiss abgedeckt das sind alles zwiebel ist das schön so langsam kommen die bäume wieder es gibt immer wieder polizeikontrollen geschwindigkeitskontrollen auch ich bin jetzt in bulemane angekommen natürlich breche ich das falsch aus wie immer also gewöhnt euch schon mal dran das hat jetzt schön ausgesehen nützlich ist die sonne da drückt da durch für was diese mauern sind schneeverwehungen vielleicht also hier oben ist die landschaft etwas öde gibt auch selten wasser ich glaube nur grundwasser jetzt bin ich im eid karnus und eine moschee darf hier natürlich nicht fehlen das schönste gebäude die moschee diese farbigen häuser das sind übrigens immer schulen wo die kinder natürlich sind ach das sieht doch schon besser aus ja wenigstens ist der nebel jetzt weg also auch hier war ursprünglich mal sicher alles wald leider alles abgeholt dann kommt die erosion und alles vertrocknet auch weil der wald ist ein wasserspeicher man sieht es hier links wurde wieder ein bisschen aufgeforstet aber das dauert hier jahrzehnte weil es hat langsam wächst auf dieser höhe das atlasgebirge liegt jetzt hinter uns hier komme ich schon wieder auf eine flache Ebene die sacken gerade durch die landschaft gute 10-15 km weiter immer noch die gleiche flache Ebene auf 1700 m übrigens das täuscht jetzt geht es runter von dieser flache Ebene mal schauen wie weit da bin ich eben noch nie durch bei midelts das ist eigentlich die hauptroute über den atlas bin ich schon zweimal durch vor allem das nur 100 m und jetzt kommt die nächste flache Ebene die ist ein bisschen grüner sogar im Winter ist das Wetter auch schöner aber ab morgen ist glaube ich fast ganz Marokko Sonne für ein Weilchen hier oben ist definitiv ein anderes Marokko kaum besiedelt ja hier hat es eigentlich nicht viel dann ist dann eine Anwesen vorbei hier ist mit mal alles grün und hier sieht man eine Lehmmauer so wie früher eigentlich die Werber auch ihre Häuser gebaut haben die Polizeikontrolle wollte mich zuerst rausnehmen dann hat er gesehen dass ich Tourist bin und dann hat er mich durchgewunken wie hier schön zu sehen ist die Werberhäuser verschwinden werden ersetzt durch Beton und Backsteine die Mauern zum Teil noch sind noch da ich bin in Missour angekommen hier fliesst der Fluss eben durch deswegen gibt es auch wieder Siedlungen René wo kommen wir dir? ja jetzt sind wir eine Woche unterwegs von Galahiri ist alles quer über die Berge auf und runter und hin und her also kommen wir von da he? jetzt gerade ja ja jetzt ich freue mich über das Kaisnack da von Tasa sind wir dann durch den Nationalpark und dann anders jetzt da oben kennst du Galahiri schon Mittemal ich bin erst mal von Al Hoceyma okay und dann haben wir halt gut so gerade wie möglich durch das Reif durch die Piste, durch die Reksteine, durch die Züge und die Höhe und jetzt sind wir schon da von Tasa aus in den Bergen und gerade da habe ich gerade ein paar Schweizer getroffen die reisen etwa in drei Wochen nach Mauritanien waren schon ein paar Mal da und auch Algerien haben sie alleine bereist sogar ja interessante Leute ne ja ha 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 fundamentals hey hi okay ho und Jugendliche. Ja, jetzt fahre ich weiter und die Strasse ist weg. Ich erreiche die nächste Stadt, Oudat El Hai. Ich stehe hier im Flussbeet vor einer Stadt und da kommt doch einer. Keine Ahnung, was die da machen. Also die sammeln den Dreck mit der Schaufel ein, jetzt kommt er nicht mehr raus bis jetzt. Hat wohl auch keine Tiefsperre. Irgendwie mit Anlauf geht es vielleicht. Nein, geht nicht. Nächster Versuch, keine Chance. Der muss mit richtig Schwung hoch, sonst kommt er nicht über den Hügel. Gut. Jetzt nimmt er eine neue Spur, aber... Ah, geht nicht. Geil. So ist das es geschafft. Und der nächste. Jawoll. Ich habe in Oudat El Hai übernachtet und jetzt lasse ich mein Auto waschen. Ich habe eine Stunde gewartet. Die fangen jetzt an zu arbeiten. Alles okay. Hier ist Zeit. Ja, nicht das Problem. Niemand hat hier Stress. Wenn man hier ein Dokument braucht zum Ausdrucken. Die haben keinen Druck zu Hause, die meisten. Dann geht man irgend so einen Shop hinein, Print Shop und kann ausdrücken. Zehn solche Blätter hat jetzt fünf Diram gekostet. Das sind glaube ich 50 Cent. Ja, das brauche ich für die Polizei oder Militär, wenn die mich kontrollieren. Das Fische, also wo alle Daten draussen von mir passt. Und auch Fahrzeuge. Ja, schon krass. Irgendwie bin ich praktisch der Einzige, der hier durchfährt. Oh, hier hat es geregnet. Irgendwo im Nirgendwo. Hier ist Endeüberholverbot. Nun, das Problem ist, hier gibt es gar nichts zum Überholen, weil ich der Einzige bin, der hier durchfährt. Über eine Stunde und kein Gebäude mehr, nichts mehr. Ich habe jetzt da angehalten, mittendrin, da hängt ein Huhn und er hat Angst, dass die Hunde das klauen. Das bewacht er es. Aber die nehmen das nicht einfach. Also irgendwo im Outback, da gibt es einen kleinen Laden, praktisch nur Süsses zum Verkaufen. Ja, wenn es hier übernachtet und diese Jungs da, die gerade wegfahren, sechs Stück, die haben zwei Metalldetektoren und die finden so seltene, ich weiss nicht, Erde von Meteoriten, sagen sie. Die fahren jetzt da irgendwo raus. Da soll mal ein Meteoriten offenbar runtergefallen sein. Ja, interessant. Ja, Marokka, das Land der Strassenhunde und Poppys. Einen ganzen Haufen hat es hier in diesem kleinen Dorf. Ja, und auch das Land der Eseln. Und des Mülls. Und wir fahren weiter. Die Strasse ist jetzt schmäler geworden. Es geht richtig gerade aus. Aber rechts und links seit ein paar Kilometern pflanzen die Bäume an, was mich extrem freut. Also in 20 Jahren ist dann da fast ein Wald. Diese Landschaft ging über 70 Kilometer, war ziemlich böde. Es waren immer wieder Bäume angepflanzt auf dem ganzen Weg, aber ich hoffe, die kommen auch. Und jetzt bin ich in Tandera gewesen, kleine Stadt. Jetzt fahre ich zur nächsten Stadt. Und die Gegend sieht eigentlich immer so aus. Und Sand ist auch langsam sichtbar. Hier oben gibt es eine Eisenbahn, eine Malspurstrecke. Wahnsinn. Da vorne kommt Villa de Burfa. Und fast in jedem Dorf gibt es eine Eingangskontrolle der Polizei. Und da oben gibt es eine Eingangskontrolle der Polizei. Schöne? 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 Schöne. Schöne ein bisschen. Englisch? Ja, Englisch. Du kommst von Suisse? Ja Das ist die erste Mal hier? Nein, nein Die zweite? Die erste? Ja Du gehst in Baffa oder wo? Ja, in Baffa Ich denke, ich schlafe dort Du schlafe heute Nacht? Ja Ja Ich bin dort Für Muzuga und nicht Nach Baffa, du gehst in Muzuga? Ja, nach Baffa, aber erst Ich 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 Es ist ein Wiesman Du schlafen in Siska Ja, ja Okay, du kannst da gehen Geh nach vorne und du wohnst Danke Ungefähr so sieht es in jedem Dorf aus Das ist jetzt eine grössere Strasse Dazwischen immer ganz viele kleine Strasse aber da kann ich nicht durchfahren meine zwei wölfe sind eben auch da und alle wollen sie was abkriegen neuer tag wir fahren weiter und zwar nach isch ich schreibmann und das ist an der algerischen grenze ja ganz ein kleines dorf werden uns anschauen etwa so sieht es immer aus jetzt kommen aber ein paar kleine berge noch 40 45 kilometer das kann passieren wenn du da voll den berg runter fährst mit 60 und plötzlich einfach gesperrt musste vollbremsen muss man das umfahre und hier gleich noch mal nur diesmal war ich langsamer es kommt mir vor wie wenn ich zu einer kiesgrube fahre so wie es aussieht geht es da oben über einen pass irgendwo im nirgendwo und es gibt immer wieder menschen die hier leben es ist schon wahnsinn frage mich was die hier hin zieht es müssen echt einsiedler sein jetzt sind wir dann bald am ziel den ersten stacheldraht grenze algerien habe ich schon gesehen das sieht doch schon mal orientalisch aus so ich bin mit dem dorf das militär kommt schon die wollen jetzt die fische so ich bin in isch angekommen gleich auf dem parkplatz verwiesen worden das sind ein paar franzosen und die haben mich vor vier fünf jahren in albanien gesehen wahnsinn aber das war noch der alte kämpfer aber der sieht ja fast gleich aus jetzt gehe ich tee trinken mit diesen herrschaften so gerade mal eingeladen so wir besichtigen jetzt die altstadt ich kriege eine führung von diesem herrn so jetzt sind wir richtig im alten baustil und das gleiche haben wir ja in den arabischen ländern gesehen diese lehm häuser jetzt geht es ins museum rein jetzt laufen wir noch durch den palmenhain jetzt bin ich zur grenze gelaufen dahinter ist die algerische grenze mehrere zäune der fluss fliesst durch führt sogar wasser im moment neue morgen ich bin am weiterfahren aber heute morgen hatte ich noch durchfall vermutlich von der omelette von gestern die mir der herr gegeben hat oh gott dann habe ich zwei kapseln artemisia noch geschluckt fünf minuten später wurde mir so schlecht vermutlich wegen der bitterstoffe muss ich noch erbrechen und jetzt versuche ich in die nächste stadt zu kommen über piste 80 kilometer nicht ganz einfach aber ja wird schon gut gehen so hier fängt die piste an genau an dieser stelle war die erste militärkontrolle habe denen eine das fische also das dokument das ich gemacht habe wo alle informationen drauf sind gegeben waren sie zufrieden der im dorf der wollte aber eine kopie vom passe wollte ihn fotografieren er brauchte den zettel nicht warum machen ja die piste ist halt welblich was sprecht das ist jetzt halt so die ersten zehn kilometer piste habe ich geschafft wunderschön die landschaft ja sand gibt es hier auch aber nicht viel leben hier immer wieder menschen mutig mit ihren tieren viel gibt es hier nicht doch fels zeichnungen gibt es habe ich gehört aber ich weiss nicht wo die sind der hat mir leider die position nicht mehr gegeben die strasse ausgewaschen jetzt ist es eng man sieht die lkw spuren einfach langsam wieder eine leicht kritische stelle so wir haben pause gemacht da ist eine höhle glauben stahl ja hier sieht man die ersten bedeckten berge mit sand und ein schönes flussbett der himmelhofen wunderschön das flussbett hat übrigens weiter runter sogar wasser auch das gibt es da unten strasse kaputt vorne noch mal gucken wie man am besten durchgeht da unten strasse unbespült lieber weiter ausholen als zu wenig nicht dass das zeug noch bricht jetzt gar nicht sogar mal 40 fahren ich habe die untersetzung drin reifendruck abgelassen vorne dreieinhalb hinten 4,7 das ist optimal muss wieder neu ausprobieren weil ich ja bis leichter wurde ja wunderschön es ist noch nicht so hochtouristisch erschlossen wir fahren nicht so viele durch aber doch auch einige aber niemals so viel wie da bei den sanddünen wieder ein flussbett salzig da hinten ist ein stausee übrigens habe ich schon gesehen ist auch auf der karte eingezeichnet nur abwechsel mal ein paar kamele hier ist immer mit gegenverkehr zu rechnen ist ja unglaublich warum hinter der den hund an da vorne kommt dann ein staudamm ich habe jetzt die untersetzung rausgenommen weil vorher konnte man richtig zügig fahren dass ich die eingezeichnete piste verlassen habe ich habe aber keine abzweigung gesehen die wirklich gut ist deswegen folge ich der jetzt geht es halt links am stausee statt rechts vorbei wird es eine grüne haben wow jetzt habe ich schnell angehalten das sieht man selten sanddünen und wasser wunderschön wie ich da gesehen habe oder da vorne seht ihr kommt eine teerstrasse die wurde wohl erstellt für den staudamm und ich vermute dass es ab jetzt alles geteert ist also weniger piste als gedacht das waren glaube etwa 45 km piste schön reifendruck mache ich hoch während dem fahren ich habe da wieder ein neues system das besser ist das stelle ich euch dann vielleicht mal vor aber nein man kann es nicht kaufen weil es ja selbst gemacht ist also nicht nur von mir der grösste teil von jemand anderem wir gehen an der algerischen grenze entlang vor diesen zwei bergkammen ist die grenze das gebäude da vorne gehört zu algerien der fluss oder das wadi bildet eigentlich die grenze macht zwar keinen sinn der berg wäre besser aber es ist so ja da drüben ist algerien wie es aussieht baut marokko einen zaun ich habe da ganz viele zaunzeug gesehen das da rumliegt ganz neu frei lebende esel die vermehren sich sogar hier gibt es wieder eine kontrolle mal gucken ob er mich durch lässt kaputt also geben die die Papier, die Fische, die ganze Information. Suisse. Passport, alles. Entrei in Marokko. Entrei. Entrei in Marokko. Danke. Falsche. Falsche? 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 Bin jetzt in Figue angekommen, oder wie man es ausspricht, weiss ich wieder mal nicht. Der Polizist wollte noch das Datum der Rheinreise, das habe ich nicht auf der Fische, das muss ich noch von Hand halt nachtragen. Ja, das ist leider nicht auf dieser Vorlage drauf. Der nächste Posten. Dorfkern von Figuic, so spricht man es aus, habe ich den Polizisten gefragt. So geschafft, jetzt habe ich mal provisorisch geparkt, aber ich suche mir noch einen einsameren Platz, was aber nicht ganz einfach ist da. Da hinten habe ich provisorisch geparkt, aber ist viel los. Jetzt habe ich gesehen, dass hier auch noch ein Parkplatz ist, da steht ein Spanier. Stell ich mich hinter den. So, das Städtchen hat sogar eine Apotheke und sogar einen kleinen Spital. Also ich bin jetzt in die Apotheke, weil ich habe mir Imodium meistens bei uns gekauft gegen Durchfall. Ich hatte nur noch eine Tablette, weil ich die anderen irgendwo jemand gegeben habe, der extrem Durchfall hatte. Mir hat bis jetzt eine genützt, bis jetzt sieht es gut aus, aber jetzt habe ich langsam zum Hunger. Ja, noch was. Das kostet 2,30 Euro. Also kann man damit leben. So, das war es wieder von mir. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ja, manchmal ein bisschen viel Fahrerei. Seh sein. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Wie immer Daumen hoch und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.